So, dann sind wir wieder zurück bei Left 4 Dead 2 Folge 10, müsste das sein. Und meine Damen und Herren, ich habe gerade bemerkt, dass ich die letzte Folge gesagt habe, die Folge geht schon 24 Minuten. Das stimmt leider nicht, denn die ganze Aufnahme geht schon 24 Minuten. Das heißt, wir haben erst zwei Folgen, ah, 13 Minuten. Das ist nicht viel. Tut mir leid, aber ich möchte es trotzdem einhalten, dass wir pro Kapitel, also pro Level hier, eine Folge machen, einfach weil es ein bisschen übersichtlicher auch ist. Ja, also Kapitel, ne? Wisst ihr Bescheid jetzt? Renate Launcher, den schießen wir jetzt gerade noch mal leer, weil es wäre Verschwendung, wenn wir es nicht machen würden. Gut. Aber es macht auch Spaß, muss ich sagen. Au, ey, heul nicht rum. Ich habe das Ding direkt ins Gesicht bekommen. Und? So, zwei Schüsschen haben wir noch. Neck. So, und der letzten Schuss. Smoker. Habt ihr das gesehen? Das ist neben ihm eingeschlagen, das juckt ihn der Weiber nicht. So, Moni bringt uns ja dabei nichts. Dann nehmen wir die AK mit, weil die AK nicht schon eine Waffe ist. Oh, falls du es umhealtst. Oh, ist ja mein, der Nick. Ich glaube, der Nick, der will was von mir. Der alte Technik. Sein Ernst. Sein Scheiß Ernst, Dreckscamper. Ich war gut überfordert. Ich war gut überfordert. Wirklich sehr genau. Aber ich habe was mit der Katana rum. Mit dem Katana. Mit der Schebert. Und jetzt. Gut. Gut. Und in diesem Level weiß ich gerade gar nicht, wie das weitergeht. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Auto-Scooter. Jupp. In der Tat. Der Ring hat Alpecin, die Barakstumsphasenlänge. Keine Ahnung. Oh! Und hörte mir die Rosche. Die röchelt hier rum. Heli. Der Heli, den müssen wir erreichen, auf jeden Fall. Gut. Kommen die mit? Jawoll. Geht's hier weiter? Oh, Tank. Jawoll. So mag ich das. Einmal ein bisschen kiten. Ein bisschen dodgen. Okay, der Stein splittert, aber das war knapp. Aber wir haben nur noch ein Healpack und deshalb brauche ich ihn jetzt auf. Also, ob wir das Level schaffen, das weiß ich gerade nicht. Seit wann war das denn so knapp? Lade nach. Aber kommt es jetzt schon mit der Bühne? Oh, ja. Ich glaube, es kommt jetzt mit der Bühne. Warum nicht, wenn wir dann vielleicht noch irgendwo ein Medipack hier? Deswegen müssen wir es eins haben. Weil es ich oder einer meiner schönen Freunde hier verrecken sollten. Wir haben ja noch eine Pipebomb. Die kann auch sehr nützlich sein gleich. Ich habe eine Schließerei hier. Schließerei im Park. Oh, wieder Formel 1. Oh, ich habe ja wieder eine Witchy. Witchy. Aber die habe ich keinen Bock, weil die kann es echt alle... Ich lade nach. Ich lade nach. Bier lang. Geht der auch jetzt dahin? Naja, ich nehme Molly mit, weil ich denke, ich wollte nicht Molly. Das ist lustig. Ja, hat schon viel gebracht. Oh, eine Kuh. Die ist, oh, die ist tot. Oh, die ist schon ein bisschen ii. Oder die ist schon ein bisschen länger tot. Achso, andere Seite hoch vielleicht? Jawohl. Easy. Diese tollen, äh, Dingens, äh... Boah, jetzt wird lang den Knochen gehört. Ja, wo ist die alte Bitch denn? Durch die Tür. Die Witch, die Bitch, die... Glitch, äh, Witchy. Nice. Die Waffe ist nice. Ist extrem. Oh, hier, die Kuppen. Ii. Äh, Kopf, Beileballen. Ja, stimmt. Hier ist jetzt, ähm... Oh, ne. Jetzt kommt ein Part, da bin ich schon so eff... Äh, so eff... So oft verreckt. Danke. Ähm, das wird es schwer. Also, da brauchen wir das Quartal. Der springt hoch wie so ein... Wie so ein Hase. Ne, wie oft ich den jetzt schon getroffen hab, ne? Das wird es richtig ruhig, Leute. Oh, Witch. Hm, warum heult ihr eigentlich, das weiß ich, das verstehe ich bis heute nicht. Und, äh, ihr könnt euch... Schon merken, immer wenn ihr sowas findet, wisst ihr hier gleich die Scheiße richtig ab. Wie ihr seht, sind nicht direkt in Molly. Ja, renn mit euch. Leuchtendes, leuchtendes Vorbild, Errungenschaft, sehr schön. Hab ich gerade das Feld, ja? Ich glaub, die Witch. Ne, ich weiß genau, wie es geheul ist, gibt mir mir voll auf den Geist. Die Tür mittlerweile offen. Wir haben Raum, die Türen zum Aufgehen. Oh. Schnell zum Schutzraum. Auf geht's. Rush. Hier muss man echt rushen. Hier darfst du nicht stehen bleiben. Wenn es bist du... Oh, da kommt ein Hunter und du bleibst automatisch hin. Weil das wird richtig krass. Weil die Sammeln bist denn hier und dann kannst du echt nie mehr vorwärts, weil auch mal der ganze Gang voll ist. Ja, ich laufe einfach jetzt. Ich rasche. Ich ghoste. Ich flashe. Ich jampe einfach vorwärts. Jampe. Le, 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 lol, le, lol. Und noch ein Hunter. Der boxt ihn nochmal weg. Er macht hier Reiterstellung. Leute, laufen, laufen, laufen. Wollt ihr das schon? Ne, ich geh da jetzt noch nicht rein. Ich schlitz erst nochmal, ha? Weil die Folgen werden sonst echt extrem kurz. Wo ist der gegen geschwommen? Ist der behindert? Aber sonst wird das hier... Ja. Sonst wird das nicht... Ja, Mann, die werden so kurz, die Folgen. Das finde ich doof. Ich hiel mich einfach nochmal. Ja, wenn ich mach was wie in der zufälligen Folge, kann ich mich bitte noch hielen? Gut, kann ich. Das war die Folge künstlich ist, sag ich mal ein bisschen strecken. Aber ich kann erinnern, wenn nicht, bringt ich halt zwei Folgen am Tag. Zwei kurze Folgen. Das war auch nicht das Problem. Aber so lange genug zusammengekommen, ist ja der Nennung, weil er sagt, okay. Oh, da kommt ein Charger. No, 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 no. Was? Ist das denn gewesen? Ich stand hier und er stand hier und er hat mich einfach so gepackt. Das ist echt ein bisschen Cheater-like. Dead on. Die Schilder da drin, denke ich, oh nee, Alter, komm ja überher. Oh, lol, das ist ein Smoker. Oh, lehle. Leh, lol, lol. Boah, das ist aber auch so ein wirklich triple Gesicht. Ja, kommt rum, Leute. Warte. Wie ist es gerade aussah, der hat uns so dagegen gehört. Der stolpert da jeder lang. Cha-cha-dum-dum. Cha-cha-ram-ram. Ich weiß auch nicht, vielleicht schneide ich aber noch eine Folge dran, weil ich das nicht denke. Aber es sollte jetzt gleich sogar schon die letzte Folge dieses Kapitel sein. Ja, ich... Soweit ich mich recht entsinne. Aber noch ein bisschen, einfach du für die Stadt. Stats, für die Stats. Alles für die Stats. So, ich denke, das reicht. Ich sage jetzt einfach mal hier, tschüss, danke fürs Zuschauen, falls es wirklich jetzt die Folge 10 gewesen sein sollte. Wenn nicht, bringe ich die 11. Folge auf jeden Fall noch am selben Tag, wenn es zu kurz sind. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Oh, da rein. Bis zum nächsten Mal. Okay.